Ich kann mit dieser Spitzhacke was abbauen. Ja, wir öffnen heute mal wieder... Oh, danke Peter. Ach nee, das habe ich angezündet. Wir öffnen heute leider nicht eins. Ich habe leider keinen mehr gefunden, weil ich die alle schon verschmelzen habe. Wir gucken mal rein, was wir hier drin haben. Okay, okay. Wir haben hier erstmal drinnen eine Pfeife. Dann haben wir einen Deckel. Bestimmt noch was anderes außer ein Deckel.